Uuuuhh, Leute! Willkommen wieder zurück in der Lach-Hochschule! Was zur Hölle ist denn hier bitte nur passiert? Luke Miller scheint doch tatsächlich hier zu sein und er sieht ja mal alleine dieses komische Foto hier oben an. Keine Ahnung, was das da scheint soll, nicht so eine komische Kremasse. Ne, aber die ganzen Lehrer hier wurden scheinbar von Luke Miller in irgendwelche Lasergeist verwandelt oder in Yo-Yo-Brüder und so und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir hier vorankommen. Die Schule ist nämlich ziemlich groß, was wir auf der Karte gesehen haben. Und hier ist ein Tor, das zu ist. Hier kommt die Sperre und jetzt geht's hier mal to the left. So, oder, aha, der Fall von Dr. Mario, diese Bazillen. Und ein Reagenzglas. Äh, pfui! Alter, den kann man ja auch nicht gerade gut auswerfen. Und, wow, ihr Mistviecher! So, hier, blauer Virus. Genau, das sind ja Viren. Und jetzt ist es auf einmal gelb geworden. Gelber Virus. Kennt man aus Dr. Mario. Aha, auf einmal sind beide Putz. Sehr interessant. Was macht er? Okay, er verarscht mich gerade. Das kann ich gar nicht haben! So, kommt davon. Es ist echt ein bisschen doof schon, finde ich persönlich, dass man in diesem Spiel... Aha, ist wieder eine Bohne versteckt. Dass man in dem Spiel nicht so wie in Paper Mario jetzt irgendein Hotel aufsuchen kann, um sich dort zu heilen. Es geht hier echt nur mit Items. Also, so ein Inn oder so, das gibt es halt hier leider nicht. Also müssen wir gut auf unsere Items aufpassen. So, take this! So, hier wieder... Genau, durch die Laserringe durchspringen. Und tschüss, Mann! So, apropos. Warum nicht gleich mal was verwenden? Ich habe 38 Pilze noch über das. Das ist so geil. So, für Mario. Und auch für Luigi. Und nochmal für Mario. So. Und Sirup, na gut, haben wir 17er. BP haben wir noch genug, das reicht. So, was steht hier? Sonnentor und Boxenlabor. Was, Sonnentor? Ich glaube, wir müssen aber echt mal erst ins Boxenlabor. Und du wirst uns nicht daran hindern, du komischer blauer Virus, du. Okay, bei denen durchscheue ich nicht wirklich, was man bei diesen Reagenzgläser machen muss. So. Achso, das ist ein Urkolben. Natürlich. Ein Urkolben. Und stirb. Ey, ich sagte, stirb. Jetzt ist er wieder gelb. So, jetzt ist er weg. Und das Ding da auch. So, wir gehen erstmal hier lang. So, Karte, ihr seht's. Ganz schön große Schule. Wir sind jetzt hier. Wir gehen erstmal in dieses komische Boxenlabor. Ich glaube auch sogar aus gutem Grund. Was bist du denn? Brüderbox. Springt der Bruder mit der passenden Farbe gegen die Box, bewegt sich diese in Pfeilrichtung. Da diese Brüderbox nur für Forschungsdecker ist, er enthält sie keine Münzen. Aha, Brüderbox. Ja gut, das ist eh, das kennen wir ja schon. Also da kann man quasi noch immer üben. Da wurde das scheinbar in der Lachhochschule getestet. Und hier ist einfach mal so ein Ding drin. Was ist das? Ich glaube, das ist auch nur Deko. Originalblock aus Paper Mario. Harter Brocken wirkt auf den ersten Blick harmlos. Ein Block für echte Kenner. Ey, wie geil. Voll die Anspielung auf. Das sind alles von älteren Mario Games. Die Blöcke, seht mal hier. Originalblock aus Super Mario Brothers. Dieser harte Block aus dem Pilzkönigreich hat viele Fans. So, dann haben wir hier. Originalblock aus Super Mario World. Ultraleichtes Material, bei Sprüngen sehr schädelfreundlich. Und hier. Originalblock aus Super Mario 64. Schrumpft, verschwindet, betreffend diese Technik bedarf genauerer Analyse. Ja, und hier eben Originalblock aus Paper Mario. Und hier fehlt irgendwie was. Hier ist gar nichts. Das ist ja richtig geil. Da werden echt Blöcke ausgestellt von früheren Mario Games. Cool. Das wusste ich nicht mal mehr. Das ist irgendwie total vergessen. Naja, egal. So, und hier? Was ist hier noch? Zuspielblock. Beide Brüder springen abwechselnd gegen die Box, um sie sich gegenseitig zuzuspielen. Da diese Zuspielbox nur für falschen Zweck ist, dann hält sie keine Münzen. So, genau. Hier können wir jetzt nämlich üben. Das wird auch später noch wichtig sein für ein paar Minispiele oder so, sagen wir mal besser Geschicklichkeitsaufgaben. Da müssen wir nämlich wirklich immer wieder unter Zeitdruck diese Boxen hier öfters hin und her bewegen, bis halt die Zeit ablaufen. Und ihr seht ja, je öfter wir die treffen, desto schneller bewegt sich die. Und wenn wir daneben springen sollten, ja, dann verschwindet sie. So, und was ist das noch? Zufallsblock. Springt der Bruder mit der richtigen Farbe gegen die Box, gibt sie Münzen frei. Da diese Zufallsbox, naja, dann gibt es ja keine Münzen. Gut, dass wir das wieder auch abwechselnd irgendwie. Sonst ist hier gar nichts. Ne, das soll uns einfach nur darauf aufmerksam machen, was es hier noch für Blöcke gibt in diesem Spiel. Und dass es hier auch andere mal gegeben hat. Cool. Aber dann müssen wir doch erstmal zu diesem Sonnentor. Oh mein Gott, was macht er schon wieder? Es ist gestorben. Oh mein Gott, das ist aber peinlich. So peinlich, Igit, er hat mich gebissen. Jetzt bin ich infiziert. Das ist ganz schön eklig, Mann. Du wirst mich sicher nicht besiegen. Und warum machen wir bei einem Gelb eigentlich so wirklich schaden? Ich verstehe das nicht. Igit. Jetzt, er hat mich schon wieder gebissen. Jetzt reicht es aber. Also halt dein Maul. Zack, so. Der macht einen Gachi-Fisch an. Und uh, roter Pfeffer. Roter Pfeffer. Wir haben ja schon mal grünen Pfeffer bekommen. Moment. Zeige ich euch kurz, was das eigentlich kann. So, erstmal ein Pilz für Mario. So, hier. Roter Pfeffer, mehr Angriff plus Gewicht. Und grüner Pfeffer, mehr Verteidigung minus Gewicht. Das heißt also, wenn wir einen roten Pfeffer essen, dann erhöht sich unsere Ankerkraft. Aber wir sind auch schwerer. Das heißt, wir können schlechter springen. Und so mit auch schlechter mit Sprüngen ausweichen. Und beim grünen Pfeffer eben haben wir mehr Verteidigung und weniger Gewicht können wir also leichter springen. Werde ich vielleicht irgendwann mal einsetzen. Aber derweil komme ich noch ohne den Zeug aus. Und uh, schon wieder in den Po gebissen. Luigi, du bist immer so ein Opfer. So, dann wenigstens wird jetzt Mario angriffen. Wow, daneben. Machen wir schön. Hohne, hopp, und sch. Gleich geht's mal auch aufs Maul. Zack, bam, jawohl. Schon wieder? Man, Luigi, warum passiert dir immer so ein Blödsinn? Äh, Mann, hörst du auf? Nein, Luigi! Au, das tat weh. Achso, okay, gut, dann müssen wir uns mit dem Hammer verteidigen. Nicht gecheckt. So, das Ding ist schon mal futsch. Und du auch gleich. Zack. Und die auch immer die Fahne wechseln. Oh mein Gott, er hat mich schon wieder gebissen. Mensch, ich krieg hier noch die Kretze. Also stirb. So, gibt's ja nicht. Ah, Level Up für Luigi. Level 20. Oh yes. So. Hm, ähm, hm, wie wär's mal mit Bartpunkten? Die sind doch auch wichtig. Für Rabatte später und dass wir öfters Volltreffer landen. Und stopp. Ah, schade, nur plus zwei. Alter, da wär plus fünf wär da möglich gewesen. Plus fünf. Naja, ich hab ja nicht immer Glück. So, Karte nochmal. Aha. Ja, das Sonntag ist, glaub ich, da hinten. Aber was ist denn hier? Hier ist noch ein Nebenraum. Warum? Aha. Gut, seht mal, ja. Luigi, dann wieder Mario. Mario, Mario, Luigi. Luigi. Müssen wir immer wieder auffassen, wie oft das angezeigt wird. Da können wir aber oft richtig viel Geld noch machen, wenn wir halt richtig dagegen springen. Und zwar so lange, bis es halt nix mehr gibt. Oh, jetzt ist weg. So, Moment, hier oben ist auch noch was. Noch ein paar Blöcke. So, eine Nuss und ein Pilz und eine Lachbohne. Moment, hier ist er. Da ist ja noch was im Boden drin. So, hier. Wups, eine Grinsebohne. Und hier auch. Also, ich kann nicht garantieren, dass ich es in diesem Let's Play wirklich schaffen werde, alle Bohnen zu finden. Also, dass ich von jeder Art so viele habe, dass ich alle Säfte mindestens einmal herstellen kann. Und übrigens, das habe ich ja ganz vergessen, euch zu zeigen, was diese Säfte eigentlich genau bewirken. Ich Idiot. Sorry, sorry, sorry. Das wird jetzt gerade sein. Wir haben die im letzten Part zwar zubereitet, aber nicht getrunken. Also, Professor Gitt hat ja davon nur gekostet. Die haben wir nämlich auch bei uns im Inletar natürlich. Und zwar auch unter Items. So, seht mal hier. Aha, die Säfte. Ein HP plus vier. Das heißt, diese Säfte sind in erster Linie dazu da, um unsere Attribute zu steigern. Ja, dann werde ich dem mal Mario geben. Dann hat er 53 Lebenspunkte. So, und Gumbacoladas erhöhen die Verteidigung um vier. Das gebe ich Luigi. So, damit das mal vier aufgeteilt ist. Ja, ganz vergessen, dass ich die Musik ja auch trinke, sonst mimiken die ja nichts. Wenn die nur so im Inventar sind, bringen die uns gar nichts. So. Also, sorry, sorry, dass ich das im letzten Part vergessen habe. Oh mein Gott, hier sind schon wieder viel zu viele Typis. Schaltzentrale und Sonnentor. Das Schaltzentrale ist gerade geschlossen. Also, kümmern wir uns erstmal wieder um diese Typen. Brüder-Attacke. So, Hacke, Brüder. Ja, fies. Du hast mich schon wieder voll verarscht. Mann, ich hasse das. Das will ich überhaupt nicht. Ja, das auch nicht. Mensch, ich hasse das Ausweichen in diesem Spiel. Ich weiß nicht, das hat mir noch nie so gelingen. Ah, weil man da immer so viel aufpassen muss. So, und Level Up für Mario. So, natürlich. Kommt's kurz danach dran. Und bei dir erhöhe ich, ja, auch die Badpunkte. Schon wieder nur plus zwei, Mann. Ich wollte plus fünf. Ja, man kann nicht alles haben. Was soll denn dieses Bild hier darstellen? Für so eine komische Grimasse. Sehr eigenartig. So, und ah. Oh, das war ja hier so ein blödes Rätsel. Genau. Das war ja hier so ein doofes Rätsel. Das wissen wir, glaube ich, noch gar nicht mal. Wartet mal. Das müssen wir nämlich mit unseren Hämmern bei diesem Starten, müssen wir was machen. Aber das bringt ja noch nichts. Boah, mein Gott, was ist denn das denn für Vieh hier? Ein Chomp-Hund. Okay, auch ganz neu. Gab's auch in keinem anderen Spiel bisher. Aua, Drecks. Vieh, du Blödes. Und, wow. Okay, man muss... Gut. Man muss auf die Farbe in ihrem Gesicht achten, wen sie angreifen. Wird wieder rot oder grün. So, es ist grün, also wieder Luigi. So. Böses Hundchen, mach Platz. Okay, gut, der ist jetzt irgendwie elektrisch geladen. Den greife ich vielleicht jetzt lieber nicht an. Und du stirbst. So, ähm, ich springe lieber auf den da. Zack. So, rot oder grün, rot oder grün. Ist mir ganz egal. Es ist grün schon wieder. Aua. Mistvieh. So, und was macht der da? Der greift natürlich auch an. Er greift... Was? Ah, okay. Wenn er elektrisch geladen ist, dann ist die Farbe falsch. Irgendwie. Stimmt das nicht. So, ah, er ist trotzdem tot. Kann man auch drauf springen, wenn er elektrisch geladen ist. Und zack. Weil da hat er wohl eine Fehlfunktion. Jetzt zum Beispiel auch wieder. Das heißt, die Farbe ist anders. Wenn es grün ist, ist es eigentlich rot. Und, ja, wir haben gewonnen. Oh, ein Schul-Empley. Wir haben einen Orden bekommen, Leute. Ist ja geil. Einfach mal einen Orden durch so einen gebürtlichen Kampf. Was kann der bitte? Ähm, Kleidung. Äh, wo ist denn der jetzt? Ach, hier, Schul-Emblem. Hat den Glanz der Lach-Hochschule. Boah, Angriff erhöht sich auf 82. Und bei Luigi auf 69 Brüderpunkte sind um 2. Nein, ich gebe den lieber Luigi. Ist, glaube ich, besser als Landratto. So, das Schul-Emblem. Geil. Jetzt sind wir noch stärker. So. Ah, hier. Türcode für das Sonnentor. Oh mein Gott. Ja, das ist ein bisschen eigenartig jetzt. Aber da bin ich jetzt auch ganz ehrlich zu euch. Das musste ich mir aufschreiben, weil das merke ich mir sonst nicht. Also, Türcode für das Sonnentor. Mal ganz kurz hier. Notizellchen habe ich eigentlich immer parat. Also, in blau und in rot. Das ist eine ziemlich eigenartige Anordnung vor allem. Deswegen, ja. So, ich habe jetzt hier mal einen blauen Stift. Und hier noch einen roten irgendwie. Ja, hier habe ich noch einen roten. So, hier rot und blau. Ey, sorry. Ich muss mir das so aufschreiben, weil sonst ich bin echt schlecht, was solche Gedächtnissachen betrifft. Bin ich eigentlich oft übelst vergesslich. So, ich muss mir das natürlich genau aufmalen. Also, machen wir hier erstmal so ein blaues Kästchen. Und ganz unten auch. Und daneben drei so untereinander in rot. Also so, so und so. In der Mitte noch eins. Und da für mich so. Und dann drumherum sind hier wieder dreimal blau. Also drüber, drunter und daneben. Und schräg drüber ist nochmal rot und auch rot. So. Und das zweite ist so. Okay. Man kann es schnell machen. So rot, rot, rot. Und du bist rot oder so ein Quatsch hier. So. Dann hier daneben zwei blaue für mich. So, ihr seht das ja alles nicht, weil ich mir das selber auf dem Blatt Papier aufmale. So. Hab es gleich. Rot, rot, rot und rot. So. Okay, gut. Alles klar. Nun gut. Ihr seht schon. Hier sind jetzt ein paar Statuen, die grinsen und haben so einen roten Knopf auf der Brust, sag ich mal. So eine rote Kugel. Und die anderen, die dreiges Gesicht, die sind blau. Und. Aha. Ach so. Ah ne. Ach der erste Code war glaube ich der, wie es normal ist. Und das heißt, der zweite ist eigentlich der, den ich wirklich machen muss. Das heißt jetzt einfach mit dem Hammer hier draufhauen. Und zwar auf dich. So. Dann das ist eh richtig. Das ist auch richtig. Das muss aber blau sein. Das muss wieder rot sein. Und das muss blau sein. Und die zwei müssen rot sein. Und die. Und die hier beide blau. Und die zwei müssen wir in der Schule jetzt mehrmals umlenken. Und die zwei müssen wir in der Schule jetzt mehrmals umlenken. Und die zwei müssen spiegeln. So. Ja. Also der Spiegel, der schickt das hier rüber. Und der schickt es aber leider nicht weiter, weil der nicht schräg ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal rauf in den Kontrollraum. Und den Spiegel da drin irgendwie drehen. Oh mein Gott. So viele Viren. Ich will gar nicht. Soll ich mich bloß in Ruhe lassen. So. Hier kommt ein bisschen extra Geld. Und so. Also irgendwann geht einem die Musik schon ein bisschen auf die Nerven. Ich mag die nicht so sehr. Diese Gruselmucke. Aber soll halt verdeutlichen, dass hier was ganz Schreckliches passiert ist. Und dass hier überhaupt nichts zu lachen gibt. Aber oft geht das hier noch hin und her. Ja. 20 Mal, wie sich das halt verpatze. So Zwischenspeichern. Warum eigentlich nicht? So. Lachhochschule. Korridor. You don't say. So. Stempel drauf. Level 20 sind wir schon. Wunderbar. Richtig geil. Und oh mein Gott. Was ist denn das jetzt hier? Dit war ein bisschen kompliziert. Hab ich noch in Erinnerung. Ja. Moment. Also erstmal Mario klein machen. Und hier rein. Und zack. So. Tür geht auf. Hier geht's zu. Luigi. Zack. So. Jetzt geht das wieder zu. Und hier ist ein Block für Mario. Der was bewirkt. So. Mario und Luigi machen Punkte. Wenn sie mit Hilfe von A und B die anfliegenden Blöcke treffen. Treffen sie in 25 Sekunden 30 Blöcke öffnen sich die Türen. Ich persönlich finde das ein bisschen unfair. Warum eigentlich 30 Blöcke in 25 Sekunden und nicht umgekehrt. 25 Blöcke in 30 Sekunden hätte ich eigentlich fairer gefunden. Aber naja. So. 3. 2. 1. Start. Ja. Das muss sogar auch noch synchron passieren. Das ist noch schlimmer. Als bei diesen Boxen. Das werde ich sowas von versauen. Mann verdammt. Da braucht man eine richtig gute Hand-Augen-Koordination irgendwie so. Das kann man nicht schaffen. Nein. Er seht ja. Zeit um. Er hat verkackt. Noch einen Versuch. Na klar. Nochmal. Das ist so kacke. Das wird im späteren Spiel noch ein paar Mal passieren. Dass wir das machen müssen. Und das wird halt immer schwieriger. Wie seht ihr. Bei Mario sind die Blöcke irgendwie langsamer als bei Luigi. Das ist so bescheuert. Und gleichzeitig springen bringt irgendwie nicht so viel. Mann. Mann. Ich kann. Nein. Halt doch mal still hier. Und schon wieder verkackt. Zeit um. Ja. Wegen einem Block. Das ist so scheiße. Ich habe das immer schon gehasst. Echt jetzt. Ich habe das gehasst. Das ist voll schwer. Warum bitte nicht 25 Blöcke in 30 Sekunden. Nein. 30 Blöcke in 25 Sekunden. Das ist doch voll unfair. Das ist gemein. Das kann ich ja schon wieder nicht schaffen. Mann. Ha. Geschafft. Na also. So ein Blödsinn. Also da muss ich sagen. Das fand ich schon immer fies. Aber echt. So. Was ist hier? Zack. Pilz. Das fand ich schon immer ein bisschen assi. Oh. Ne. Da habe ich so schlechte böse Erinnerungen dran. Und jetzt. Genau. Jetzt muss ich hier rein. Und. Zack. Aha. Gut. Jetzt haben wir hier für Luigi was geöffnet, wo er theoretisch hinein kann. Aber. Moment. Man bringt ja gar nichts. Moment. Mario. Hey. Let's go. Du musst ja hier nochmal raus. So. Schwupps. Ja. Dass wir den Schalter da oben treffen können, brauchen wir das Fass. So. So. Platz tauschen. Und Luigi ab ins. Achso. Verdammt. Geht nicht. Hier drin geht's. Wegen dieser dämlichen Eisenplatte. So. Nochmal. Jetzt ist Luigi wieder im Fass. Jetzt gehen wir hier hin. So. Mario springt drauf. Nein. Ah scheiße. Du Idiot. Wo ist denn so das Fass hin? Ich wollte. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ja sorry. Boah. Gehen wir nochmal zurück. Dann ist das Fass glaube ich wieder da. So. Ja. Fass ist wieder da. Okay. Kein Problem. Nochmal. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich hab A gedrückt und wollte eigentlich B drücken. Und deswegen ist das Fass kaputt gegangen. So. Und jetzt. Na bitte geht doch. Oh. Schwere Geburt. Let's go. So. Die dummen Viren brauchen sich eigentlich ja nicht einmischen. Ah. Mann. Ich wurde vergiftet. Ist das eklig. Du. Missgeburt. Ja. Toll. Äh. Luigi nehmen mal eine Frischwurz. So. Wohl bekomm's. Hm. Ach. Schon wieder. Mann ey. Diese Drecksviecher. Ich hasse sie. Scheiß Viren. Die sind eh das allerletzte. Hm. Jetzt geht doch mal sterben. So. Ja. Nochmal. Frischwurz. Du Vollhorst du. Wir sind kurz zum Abkratzen. Hm. Haha. Oder auch nicht. So. Kleinen Moment mal. Brauchen wir ganz schnell Hilfe. Pilz. So. Schon besser. Ich ha... Nein. Ey. Ich wollte gerade sagen. Ich hasse diese scheiß Viren. Fuck you. Ich will nicht. Nein. Ich will nicht. Wir horn ab. Komm. Wir horn ab. So. Verlinden wir halt ein bisschen Geld. Das finde ich überhaupt total gemein. Das war in Paper Mario schon immer so. Warum bitte verliert man Geld, wenn man aus einem Kampf flieht? Das ist voll gemein. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Was soll das? Kann ich doch nichts dafür, wenn ich nicht kämpfen will. Nein. Dann wird man gleich bestraft, indem man Münzen verliert. Das ist voll fies. So. Jetzt folgen wir mal den Lichtstrahl. Wir verfolgen ihn zurück. Hier lang. Genau. Und jetzt hat sich ja hier wieder ein Tor geöffnet. So. Dann werden wir mal Zwischenspeichern. Ich meine, der Part ist eh gleich vorbei. Aber trotzdem. Bisschen Zeit habe ich noch. Jetzt sind wir hier wieder. Lachschule. Zweites Tor. Genau. So. Wo geht es jetzt hier lang? Ah, ja. Kurz Karte checken. Wir sind jetzt hier. Und wir müssen da links noch irgendwo hin. Eigentlich müssen wir ja ganz da nach hinten. Aber da kommen wir ja noch nicht hin. Weil dieses Tor noch zu ist. Lachbohne. Pilz. Äh. Superpilz sogar. Und noch ein Sirup. Und noch ein bisschen Geld. So. Das war's. Okay. Und. Was ist das denn jetzt hier? Ah. Okay. Wir müssen hier, glaube ich, wieder so ein Fass müssen wir hierher bringen. Damit wir, ähm, dieses Ding dazu stören können. Na. Komm. Spring. So was. Äh. Okay. Ein merkwürdiger Block, den wir irgendwie nicht wirklich aktivieren können. Und hier hinten? Ah. Okay, jetzt sind wir hier. Okay, gut. Ne, Leute. Jetzt ist hier auch nochmal ein Sprecheralbum. Dann spreche ich hier halt noch einmal. So, wo sind wir jetzt? Lachhochschule Fassareal. Ah, ja. Das ist Fassareal. Schön. Bitte schön. Dankeschön. So. Das Fassareal. Was auch immer das hier zu bedeuten hat, was wir hier machen müssen. Wir werden jetzt im nächsten Partei rausführen. Wir machen Mario und Ligi Superstarsaga. Macht's gut, Leute. Tschüss. Und danke fürs Zugucken.